Wieso, wolltest du die FIS-Abfahrt nicht fahren? Warum denn nicht? Ich dachte, das wäre so abgemacht. Wir haben doch gesagt, wir fahren noch einmal die FIS-Abfahrt. Dann bleib ich hier an diesem Lift. Also an dem da vorne. Ich komme dann nachher vorbei. Ja, ja? Ja, ich könnte nicht fahren. Nο ist die FIS-Abfahrt nicht Charlie. Nö? 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR